Hallo und herzlich willkommen zurück zum Super Mario 3D World. Let's play. Und wir machen heute diese Welt zu Ende. Hab ich mir gedacht. Echt? Oder? Aber weißt du was? Du vergessen hast. Nein. Ich weiß es. Warte kurz. Ach ja. Die Zeichen müssen wir uns natürlich nehmen. Oh cool. Ja ich glaube ich hab sie. Oh mein Gott. Nicht dass du die aufreißen. Werf sie dir zu ja? Ja. Direkt auf den Kopf. So. Boah. Boah. Richtig schön siehst du aus. Yo. Eisi. Sieht man das so auf? Ich seh. Esine. Bist du jetzt die Esine? Äh Esina. Isina. Ja zieh die mal geschwind auf. Wo ist denn hier hinten? Das ist vorne. Ah. Woher ich das weiß frag ich mich gerade. Ah du siehst schon ein bisschen hübsch aus. Also wir haben leider kein Kostüm. Ne. Aber das ist ja auch schon mal was ne? Immerhin. Und. So. Thomas Gottschalk. Bist ja ein richtiges. Ein richtiges Prachtwein. Ja. Ich hab auf Instagram. Instagram hab ich damit auch mal ein Foto gemacht und das hochgeladen. Ja. Ja. Ich bin aber auch ne geile Sau jetzt. Also. Ich muss. Boah das ist aber übertrieben am Jucken und am Kratzen. Ich muss nicht zügeln. Das muss ich dir sagen. Oh mein Gott. So. Alter. Ohio. Aber guck mal ernsthaft. Ich könnte auch ein Typ sein. So ne. Robert Geis oder sowas. Der halt lange nicht mehr zum Friseur gegangen ist. Du könntest auch. Boah scheiße. Kennst du das? Kennst du das? Wieso sind die denn so lange? Ey. Hast du auch das gelesen über diese Katze? Hast du auch mal ne Wette verloren und musst ne Perücke tragen? Ne. Wenn man irgendwie das gedrückt hält. Dann ist man so ne Statue die unverwundbar ist ne? Wie geil die auch aussieht. Guck mal die sieht genau aus wie diese Katze die immer so macht. Boah das kitzelt. Ja und was passiert jetzt? Wie kann der TC das immer anziehen? Aber das bleibt nicht ewig. Bist du sicher? Warte mal wir können es ja mal testen. Oh. Oh. Passt ja auch ein bisschen zu deinen blonden Haaren jetzt ne? Guck mal auf. Okay. Jetzt ist es kaputt. Schade ich hätte es gern länger ausprobiert. Aber ich lau einfach durch. Ich kann nicht. Soll ich rein? Ich mach flasig. Ich mach flasig. Da ist sie da aus. Lazy? Ne wir werden wahrscheinlich nur da rüber geportet. Ach ich siehst du geil aus. Siehst du richtig geil aus. Unbedingt müssen wir nochmal wetten. Ich will das du auch irgendwas machen musst. Ja dann musst du halt mal Versusplay machen. Ne ok lassen. Hä warum ist hier komm mal hier dieses Bowser gesicht? Ja wir ist abgeschossen. Jetzt. Ah. Gehst du? Ja ich mach aber hier kurz Pause. Dachte ich. Oh guck mal. Und ab geht's jetzt. Ne warte. Wie lang sind denn diese Zacken? Gehen die überhaupt nochmal weg? Ja. Beweg dich mal. Geh doch einfach. Äh. Ja. Spring einfach als. Du kannst ja da drauf springen. Boah. Ja nicht so sondern als Goldstatue. Ah Isi. Das war gar nicht mal so. Ach. Ich weiß womit es zu tun hat. Spring spring spring. Du jetzt springst. Ja ich wollte. Hab ich auch meiner Meinung nach. Ja Isi du. Ich glaub die Perücke tut dir nicht so gut. Schande über mein Haupt. Isi du sollst jetzt nicht die ganze Zeit mit deinen Haaren spielen. Ja die müssen aber also richtig sitzen. Weißt du womit das ganze zu tun hat. Ja mit dem. Mö ich mit den Lichtern. Mano. Wie so hab ich jetzt eigentlich das habe ich? Oh ich. So jetzt ist das nicht. Kiss das nicht. Und, du sagst, was ich will? Ich möchte mich wirklich in den nächsten Jahren reden. Oh ja. Wo sprich ich jetzt, woher ich bin. Ja, und jetzt? Jetzt sitzt du da. Ja, nein! Nein! Ja, was hätte ich machen sollen? Ich weiß es nicht. Oh, damn it. Das ist ja mal richtig kacke. Wir müssen uns... Das ist jetzt wieder so eine Folge, wo wir ein bisschen überlegen müssen. Konzentrieren. Aber ich bin richtig abgelenkt von deinem Haar. Ich auch. Oh, scheiße. Ich habe gar nicht gesehen. Konnte man sehen, dass er abgelenkt ist, Izzy. Nee, das zählt nicht. Izzy? Die kratzen vor uns. Ja, da musst du jetzt mal durch. Du wolltest wetten. Mal kurz die München. Komm mal dazu. Pass auf, da ist das Licht, gell? Pass auf, Kurt. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück, bitte. Weil wir müssen jetzt, wenn das Licht nach links fährt... Ah, dann. Ah. Pass auf. Bei dem Feuer. Feuer. Siehst du? Richtig gut. Boah, das ist auch richtig gemein. Schillig. Ich dachte, ich werde genau drüber kommen. Ja, ich dachte auch. Aber was machen wir jetzt da drüben? Ja, warte. Warten? Ja, warte. Ich gehe mal um den Sticker. Nice. Ah, ich bin aber... Ich habe ein Ding verloren, schade. Also du springst, wenn ich es nicht schaffe, im letzten Moment auch noch hoch. Ja, passt. Schön gemacht. Das war wieder in einer kurzen Redepause, wo wir uns weiter konzentriert haben. Das ist nur die Folge, wo wir einmal richtig konzentriert haben. Ja. Das wieder Licht. Wow, das war sehr gut. Kurz fertig gemacht. Kannst eigentlich rüber... Ja. Ja. Ja, nein. Ich dachte, ich habe es. Ich dachte, ich habe ihn. Das ist echt schwer. Ja. Ich komme. Boah, ich komme mir gerade voll zu euch riesig. Weil die Kamera so nah war. Riesig. Riesig. Richtig. Riesig. Riesig. Du musst... Ach, guck mal, das ist ein Stern. Schön gemacht. Oh. So, so. Hä? Muss ich jetzt da dran klettern, oder was? Ähm... Das wird echt schwer. Ja, musst du. Aber nicht springen, ne? Mach Blase, geht der? Geht Blase? Ne, ne? Mach's gut. War schön mit dir. Fuck, ich habe ja auch kein Leben mehr. Oh, Gott. Geil, das ist geil. Richtig. Wir haben kein Leben mehr? Das schaffe ich nicht. Ja, du musst. Aber es ist noch nicht geschafft, deswegen. Guck mal, dieses riesige Licht. Ja, du musst... Du darfst halt nur auf die Flächen springen. Weißt du, wie ich meine? Nö. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Du hast nur noch 100 Sekunden. Okay, okay. Ich will dich ja nicht unterdrücken setzen. Siehst du, da bist du nämlich dann kurz... Und jetzt? Ja, entweder machst du Risiko, sterben oder nicht sterben. Schaffe ich das von hier oben? Normal schon. Nicht ansatzweise. Von unten hätte ich es auch nicht geschafft, oder? Ich denke schon. Weil da hast du ein bisschen Anlauf kurz. Ja, am Anfang zu viele Leben verloren, aber jetzt kennen wir das Level. Bestimmt läuft es jetzt besser. Also, Herr Lurter durch seine blonden Locken da durch, ey. Deine Löckchen. Schleicherei auf der Stachelbrücke. Also. Wir müssen schleichen. Muss gar nicht. Ich seh nix. Du hast mich geschubst. Ich wollte einfach nur den Voicester bounceen. Und den einfach nur wegnehmen. Okay, warte, wie machen wir das? Versteck uns hier drunter. Nee, ich glaube kurz. Das kannst du schnell. Nee, das kann doch nicht anders sein. Jetzt müssen wir... Jetzt muss einer rüberspringen. Du kannst bleiben. Noch kein Leben verloren. Das ist schon mal gut. Du kannst kurz nach links. Aber du musst sofort wieder zurückbringen. Du musst sofort wieder zurückbringen. Du machst du machst den Ding. Okay, ich mache. Ja. Okay, ich mache den Ding. ich wollte dich nur ich wollte dich haben ich wollte dich nur rüber pass auf ich versuch mal jetzt was du springst ab in der mitte ach so du fliegst gar nicht weiter das gibt es doch nicht was machen wir jetzt? kommst du jetzt hier in der mitte rüber? wir müssen ja ne ne doch nicht warte ich nehm dich ich nehm dich was war denn das? ich bin nicht gesprungen eigentlich spring ja ich bin oben oh my god ja ok und jetzt? hui 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 aber wir haben auch acht Leben wir sind gar nicht mal so jetzt können wir direkt jetzt können wir direkt wow wow du Arsch asshole asshole ich bin ja ne blaze ich bin ja ne blaze ich bin ja ne blaze zack ja ich hab nen whack-a-mail mach du die genau dann bist du groß mhm mhm ey wir sind langsam okay langsam geht das spiel dem endel zungen wir werden nicht die füge das kieb mhm ja mhm und bautsching so soll ich versuchen? ach der springt von alleine dann ab ne? ja der springt dann ab ok hoch 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 ok schade ich glaub ich weiß wie es geht ich glaub ich weiß wie man es machen muss jetzt ist eh zu spät aber aber du hast es man hätte einfach man hätte einfach hier hoch gekonnt ja und dann von oben runter und dann hier an der seite runter flutschen glaub ich so genau du kannst dann so an der seite runter flutschen ja soll ich? mach mal das geht auch so schnell ne? boah übertrieben gleite spring gleite 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 und bouncy ja 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 warte kurz guck mal was ich mache twerken ich hab Angst twerken komm ich twerke dich an lalalala this was bad this is really stupid me fuck soll ich es von unten versuchen? man hat ja irgendwie gar keine andere Wahl oder kriegen wir das Licht wieder weg? warte, geh mal ein bisschen weiter rein geh mal ein bisschen weiter rein wenn man das Licht kriegst du ja nicht mehr weg ich kann gar nicht mehr flösen ich kann gar nicht mehr flösen komm ich flösen jetzt lös dich du musst einfach drauf lassen oder soll ich dich rüber werfen? ja eigentlich müssen wir ich werf dich ok warte siehst du geschafft ah doch nicht oh 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 mein Gott und jetzt? ja ich hab keine Ahnung mach ein koni einfach dieses bad ja warte kurz man kann einen nur rüber werfen oder? ne du kannst ja am weitesten springen ne? mach du einfach jetzt soll ich das gehen dass ich in der Blase bleibe? ne du musst eigentlich nicht auch das schaff ich nicht ich komm da nicht rüber fuck ne das müssen wir auch zusammen machen ups ich spiel nicht mit deinen Haaren die ganze Zeit als ob wir das jetzt als Tanookis machen Junge das ist doch nicht euer ernst ha ha oh mein Gott im ernst jetzt kommen wir nicht an den Stern laden doch ja dann muss ich nicht an den Stern laden oder oder du springst die bounce dich hoch am besten opfert ja der am besten du springst hoch machst du da und gleitest du zurück ich wollte eigentlich ja egal dann hole ich jetzt den Stern warte also wie hast du gesagt hoch einfach hoch und jetzt da runter dich dann wieder und dann wieder hoch quasi und wieder hoch ja und ich gehe jetzt oh man das ist so krank low ching ching alle weg das ist wirklich low la 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 jetzt darfst du nur nicht da hinten so scheiße runter la 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 warte la 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 lalala la 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 das nur echt nur spielen das ist mir die beleidigt nur spiel dann schaffst du das level halt wie krass und alle drei sterne natürlich auch oder können wir das machen das okay dann lassen wir das ist ja eine katze hoch hochkleiden ja aber das war doch toll das haben wir so schön gemacht ja das haben wir so schön gemacht dass es dann einfach total einfach wurde aber wir haben vorher alles gegeben also so war es ja nicht ne so war das nicht war das nicht so doch das war so doch doch wir haben alles gegeben ja ich war ja auch der tanuki haben wir alle drei sterne und die goldene ja das passt natürlich passend zu meinen goldenen haaren ja ja durchaus ich möchte noch ich möchte noch so ein schlose im fliegenden was ein stirnband dabei haben bosse im fliegenden wechsel ich glaube jetzt erst du bist dann nicht machen wenn zuerst zuerst rechts oder wir wollen auch einfach mal ok ok so jetzt konzentriere ich mich mal jetzt versuche ich mal gut zu spielen ok jetzt muss er die bosse fertig machen das war schon mal gar nichts das war auch nichts wir müssen einfach nur ausweichen hol dir doch die katze einfach das war so klar wenn ich sage jetzt was ich gut zu spüren das war es schon ja ja drei mal hast du den schon bei uns ja ich bin richtiger bouncer ich bin nicht mitbekommen der stimmige schlüssel und wir gehen und in die mitte ja dass die mitte zum schluss wortel ja das müsste jetzt die dinge die aus dem boden kommen die geworben die finde ich aber cool zwei komm mal das ist ein ehepaar machst du Frau oder Mann Frau natürlich 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 welch keine frage oh welch keine frage oh dann mach ich eben doch den Mann ja Tool 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 gemacht hast du deinen Tool gemacht und dann wird er wieder ah Aua eine Cronie ach ich halt wieder den Mann ok ok dann geh ich rüber noch schnell und bounce ich auch noch wow Kombo 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 Kaombo Alter Kaombo Kaombo oh dammit oh guck mal ich kann in die hochklettern ja ja ich kletter oder auch nicht theoretisch könnte man es nur ich kann es you ready wow kann ich kurz an die hochklettern oh danke ich bin echt richtig daneben die ganze Zeit kann ich kurz an die hochklettern ok schade kann ich denn die hochklettern oh danke versteh nicht ich weiß auch nicht jetzt gerade aber ich bounce aber auf ihr ok bounce mal jetzt müssen wir beide noch einmal bounce ne ist richtig ich weiß ja nicht ob man auf jeden dreimal muss ja muss man ja ja ich weiß nicht gerade ausweichen soll soll ich vergleich wieso immer wo ich stehe ist und auf ihr bouncen und auf ihm bouncen jawohl bei sei was das richtig gut gemacht crazy Props an dich ja dankeschön oder auf dich ich musste das natürlich nachholen nachdem du den eben einfach komplett alleine besiegt hast mhm holst du den natürlich auch deinen Stern wieso hatten wir beim ersten Level hast du gerade gesehen da gab es drei ah ne wir müssen ja jetzt noch Sterne beim ersten hatten wir keinen ne ne vielleicht gibt es nicht in jedem einen so aha 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 wir gehen uns alle Boster nochmal durch oh yeah oh ja oh ja sehr schön aber ich glaube es liegt auch ein bisschen an den Haaren oh ja ich mach nie wieder ne Wette mit dir Wetten 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 du machst nochmal einen dann geht der hin jetzt müssen wir ja hier rüber ne damit er sich hey komm mal hier hin komm mal hier hin komm mal hier hin ja komm mal nicht mich dagegen werfen oh shit das war keine Idee oh die oh die oh sorry das ist egal das hier ja komm ne hier hier ne bei dir ist keine Idee blase blase schade ciao hier ist auch keine gute Idee wow wow hier ist auch keine gute Idee oh shit hier ist ne gute Idee hier ist ne gute Idee wow yes yippie yahoo bounce auf den Boss hier ne gute Idee hier ist 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 auch ne gute Idee ja bei dir ist auch ne gute Idee bounce auf ihm yes jachs gut gemacht und mir ist auch nicht ausgelacht oh zeigt der Daumen nach oben wird man nicht loben ne zeigt der kleine Finger nach oben ne zeigt der Daumen nach oben wo kommt das also so hat's mir mein Papi bei gewochen oh mein Gott Mal ein Powerbeard gesagt, das sagt man mir. Ein Paper. Einfach reinlaufen. Paper. Es muss in beiden Leveln, müssen jetzt die Sterne sein. Oha. Die ist richtig schwer. Nein. Doch, ist nicht gut. Muss ich für einen entscheiden. Entscheidend will ich wieder brauchen. Ja. Gut, wie die entscheiden. Sorry for that. Alter, wie du direkt auch schon da stehst. Der richtiger Stern. Was ist denn da los? Ja, der steht halt auf hellblau. Das ist schon so ein hellblau. Hellblau. Ja, was? Ein hellblau. So wie Halloween. Ein türkblau. Türkblau. Türkischblau. Boah, Geowatz. Finde ich gut. Mag ich den Endgänger. Aber der ist schwer. Das ist gar nicht so locker. Schön. Das war ein bisschen doof. Das ist doof. Jetzt darfst du bloß nicht sterben, ne? Ach, sag nicht. Ich bin der Letzte hier. Nicht der Mensch. Ja, der ist nicht einfach. Aber cool, finde ich. Ich nehme hier ihn einfach. Und dann packe ich ihn und Weckle da drauf. Wow. Und dann nehme ich noch einfach ihn hier. Und dann weff ich ihn auch. Oh, nee. Das war eine blöde Idee. Wenn du dich dreht, ist das doof. Nee. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ich, alter Dummatz. Naja. Jawoll. Ich nehme nur noch 96 Sekunden. Eieieiei. 36. 96. Mann, der ist aber auch ganz schön... Der ist aber flott auch, du. Flott und schlecht. Das ist die immer. Immer auf dich. Diese Endbosse immer auf mich. Wir bereiten uns hier nochmal. Am Ende. Oh, ich würde auch gerade... Entwickelt sich... Boom. Koll. Stern. So, und jetzt ist Late. Yeah. Und jetzt war das Late. Hä? Jetzt müssen wir... Aber jetzt kommt das wahrscheinlich an, oder? Aber guck mal, wir haben richtig... Wo ist denn der... Der letzte, der fehlt noch Stern. Meinst du, der ist da drin, oder wir haben den irgendwie verpasst? Oha. Oha. Dein Lieblingsgegner. Ja, der ist der geilste, Mann. You're lovely Endboss, man. Also, ich bin gegen keinen Endboss so schlecht wie den, aber ich bin den am geilsten. Boah, der sieht immer richtig creepy aus. Boah, davon will ich mal so eine Figur haben, ey. Die stelle ich mir irgendwie in den Raum. Ey, immer hinter mir her. Das ist so ein Arsch, ey. Sie schnappte sich auch noch die Krone. Ich hab ihn einmal gebounced, Leute. Hier schnappte er die Krone doch. Ja, jetzt pass auf. Jetzt kommt er direkt wieder auf mich rum gebounced. Ja, 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 oh. Oha. Ich geh am Bouncen. Ich kann mit dem echt nicht... Kacke, ich bin gestorben. Oha. 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 Komm, spring auf ihn drauf, schnell. Nein daneben. Oha. Oh, das war richtig. Zeit abgelaufen. Müssten wir alles nochmal machen jetzt? Oh nein. Das wär aber, wenn ich das auf ihn drauf gebaut wäre, das wär nicht der dritte Bouncer gewesen, sondern der zweite, ne? Dann hätten wir das sowieso nicht. Aber das ist ja voll schwer, Leute. Man muss hier wirklich richtig schnell sein. Wir haben bei den Würmern zu lange gebraucht, glaub ich. Aha, guck mal. Oh. Uah. Komm, mach. Keine Müdigkeit vortäuschen. Hier, direkt wieder rein. Vielleicht ist Rosalina da gar nicht so geil. Willst du mal mit Toad probieren? Nee. Rosalina ist geil. Ich find die schick. Jetzt spiel doch nicht die ganze Zeit mit deinen Haaren. Wir müssen uns hier einfach mal schneller entscheiden. Komm, zack, direkt rein. Jetzt hier, genau. Direkt am Anfang hier, die Würmer. Die sind, glaub ich, ich bin das ja einfach. Ja. Ja, aber die brauchen wir halt lange, weil du musst halt... Aber die sind schon cool. Du musst von den einen auf den anderen direkt drauf bouncen. Komm, nehm ich dich nicht. Oh. Oh, ich will jetzt vielleicht deine Stärkung reißen. Hä? Bounce? Bounce? Ah, okay. Ja, haben wir gut gemacht. Crops an uns. Selbst. Haben wir gut gemacht, wir sind die Besten, ja, ja. Ja, ja, das haben wir tot. Durchaus. Ja. Okay, jetzt mach du. Bounce. Bounce. Yay. Warum bin ich schon wieder so smart? Bounce, genau. Und. Blase. Warum genau? Was ich hier mache. Und jetzt da hoch. Und dann den Teller kaputt und dann mich selber kaputt. Und dann gefressen werden. Bounce. Nicht Bounce. Schade, ich komm wieder kurz. Egal, der ist schon mal kaputt. Ey, das ist doch. Ich komm gerade aus der Blaze. Okay. Okay. Ja. Bounce. Bounce, Bounce, Bounce. Aber guck mal, hat die Zeit gerade überhaupt was mit der Zeit am Ende zu tun, oder? Ja, natürlich, das hängt ja alles zusammen. Das ist ja alles ein Level. Wir müssen uns halt... Vielleicht müssen wir auch nicht alle Münzen holen. Also müssen wir uns in jedem richtigen... Oh nein, hol schnell den Stern. Warum wolltest du nicht den Stern? Ich wollte den Stern holen. Ich bin aber an dem Stern vorbeigesprungen und dann in den Würfel rein. Da habe ich nicht mitgerechnet. Oh Gott, wie blöd wir jetzt den Stern verschenkt haben. Scheiße. Ich habe so warme Hände. Schön muckelig warm. Mir ist richtig warm. Oh Gott. Oh, das war dumm. Ich habe ihn aber doch trotzdem auf ihn geworfen. Ja, nee, du hast dann... Scheiße, das war wieder ein Zeitverlust. Oh, verdammt. Halt den Stein, Halt den Stein. Halt den, Juni. Der wackelt, der fängt an zu wackeln. Ja, dann muss ich ihn wegwerfen und nochmal neu betäuben. Okay, ihr seid kaputt. Jawohl. Du machst das wieder, ne? Ja, ich bin gerade in Beast Mode. Beast Mode. Like ein Lynch. Ja, aber der war auch in Beast Mode, ne? Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig. Nicht so wie in den Conference Finals. Oh nein. Ah, komm schon. Okay, jetzt Beast Mode. Okay, Beast Mode, komm. Beast Mode. Beast Mode. Okay, jetzt hier. Sie wieder. Oder ihn. Das ist der Glatzkopf, dieser Mensch. Können auch der Changs sein. Den kann man doch so töten, ja. So. Number one. One. We're seeing a car. Wow. 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 Das ist richtig gut. Wir den Dreck draufbauen, ne? Wow. Die haben draufbauen. Okay. Wow. Wo ist er? Oh ja. Und baut. Kann ich wieder Leben verloren? Also, ich bin wieder klang. Ist er tot? Ja. Jetzt, zack, schnell, schnell. Schleizt. 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 Okay. Komm, lass erst was nachher. Oh ja. Was passiert eigentlich, wenn ich, kurz nachdem du und das gegangen bist, in ein anderes gehe? Lass mal mal ausprobieren. Ja. Das probieren wir aus. Hallo, komm da raus! Achso, wir müssen nach vorne schauen. Ah, wie lange dauert denn das? Mann, das ist alles verschenkte Lebenszeit. Wo kommen die eigentlich her? Was ist das hier für ein Teil? Ist das einfach so ein riesiger Topf? Schau da jetzt mal in die Kommentare. Genau, aus welchem Land die kommt? Bounce. Ja, Izzy ist richtig am schweigen. Izzy ist die rechte ja meine Kollegin, ne? Ist das so? Ja, ich kann jetzt schon mit den Zinkpick aufhören. Bounce. Bounce. Ey, das ist einfach Atom braucht, um zu sehen beim Spielen. Deswegen, ich muss ja kurz auf den Lob aussprechen. Ja, sonst machst du die Level ja immer komplett, dann mach ich die jetzt mal wieder ein bisschen. Bounce? Nein! Ungebounced. Solch ein neuer Kanal. Der vierte Kanal von Simon Ungespielt. Ungebounced. Ungebounced. Was hat sich da anders gesagt? Das ist ein... Die ewige Jungfrau. Ja, ungebounced. Das Projekt ungebounced. Das ist ein Projekt. Ja, Brojack, jetzt, ich geh da rein, du gehst da rein. Boah, okay, der, der zuerst geht. Und da haben wir vorhin auch richtig lange, Junge. Ja, der ist auch scheiße, eigentlich. Aber warte mal, den können wir jetzt direkt nehmen. Ja, nimm ihn. Nimm ihn dir direkt. Jawohl. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt direkt hier oben, pass auf. Jawohl. Ja, schnapp ihn dir. Boah, ich dachte, der wird noch auf ihn gehen. Und spreng einfach, egal. Ja. Und jetzt? Jawohl. Jetzt schnell, direkt hinterher. Hier hin. Im besten. Jawohl. Nein, der kommt nicht rüber. Nein, der kommt nicht rüber. Boah, eingelaufen. Komm zu mir. Rüber. Okay, perfekt. Er muss jetzt hier hin, zu mir. Jawohl, wach, wach. Aber nicht sterben, jetzt. Du darfst nicht sterben, weil ich bin nicht da. Jetzt bin ich da. Okay, wir bleiben einfach hier, oder? Wo will er denn jetzt hin, der Weister? Was will der von uns? Ah, nein. Jetzt hier. Ja. Jawohl. Jawohl. Super, geil. Oh, der ist echt schwer. Der ist echt schwer. Richtig schwerer Typ. Richtig schwer. Oh. Oh Gott, ich dachte, ich werde den Stern verpasst, aber da gab es keinen. Der spart halt. Okay, und hier halt. Okay. Let's go. Okay. Alright. Okay. Alright, okay. Alright. Jawohl. Jawohl. Komm, da muss ich nicht mehr. Ah. Da. Okay, Aua. Boah, das war knapp. Jawohl. Ja. Oh mein Gott. Oh. Okay. Boah, da gehst du richtig drin auf, hier in dem Endhaus, ne? Ich treff die nicht mal. Jawohl. 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 Ich gehe oben rein, einfach rein. Okay. Alright. Alright, okay. Warte, du holst den Link. Okay. Okay. Ich gehe schon mal ins End. Scheiße. Ja. Okay. Den finde ich echt cool, den Gegner. Den finde ich, vom Skill her, finde ich den am geilsten irgendwie. Weil bei der einen muss man nur drauf springen, hier muss man drauf springen, packen und zum richtigen Zeitpunkt noch werfen und halt niesen kurz nach vorne. Oh fuck. Tjo, und jetzt werfen. Jawohl. Jawohl. Ich bin klein. Ich bin weg, pass auf. Ich bin klein. Klein weg. Okay, hier. Gut gemacht, gut. Einer noch. Guck mal, jetzt haben wir einen nur noch fast drei Minuten Zeit. Also überall rum. Ich bin tot. Shit. Richtig gut gemacht. Richtig nice, I'm dead. I'm dead. Hier, bam. Krawems, Junge. Bis dahin. Und jetzt, geh du einfach direkt rein, ich sammle noch ein paar Stars, hol dir bitte den Stern. Ja, ich renne einfach nur durch, ohne springen. Okay. Alright. Aber wir haben nur noch 166, ne? Das ist echt relativ knapp nochmal, oder? Ich weiß es nicht. Wir hatten ja vorher nur 60 Sekunden. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's on. Go on. Wow, 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 wow. Wow. Kacke, ruft rein. Wow. Jawohl. Gut gebaut. Gut gebaut ist. Gut gebaut ist alt geworden. Richtig gebaut. Oh fuck. Vielleicht bin weg. Bin einfach stark. Kurz ab! Nein! Pass auf, pass auf, pass auf! Du darfst nicht er... Da hin jetzt! Bouncy! Nee! Nee, war das knapp. Das giftet ja gar nicht. Warum eigentlich immer hinter mir? Warum ausschließlich? Der ist immer hinter den Weibern hier. Aber wir sind ja beides Weiber, deswegen macht das gar keinen Sinn. Wo rennt er denn hin? Ja, wo will er denn hin? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, nur noch einmal, nur noch einmal, Izzy. Ey, lass mich doch in Ruhe. Fuck you, Alter. Hä? Wo bin ich? Ich bin weg. Ich auch. Nein, ich war doch da! Ich war doch da! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Ja, komm mal. Alles so, Spongebob. Du musst uns jetzt helfen... Mach, hol jetzt da die... Das wäre dieses... Wir haben doch nicht ewig Zeit, Mann. Er ist unser Maskottchen. Maskottchen. Hey, Dings, mach mal jetzt. Mal spielen! Ja, ja. Sonst stirbst du doch. Spongebob. Du musst das machen. Make things happen. Oh, sorry. Guck mal, wir sind ja einfach... Oh, das finde ich aber wieder so low. Ja, gut, low, low, low. Willst du noch fünf Jahre weiterspielen? Wir sind's halt. Guck mal, einfach hier, guck mal hier. Bumm. Hallo. Ja, ja. Ja, nicht so. Ey, das ist wirklich, ne? Ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein. Mach's hierhin. Zu mir. Einfach. Hä? Bist du dumm? Hallo. Der hat einen Schaden. Hallo. Bist du kaputt? Ja, locker ist, ey. Oh, Mann, das ist echt kacke, ey. Spongebob. 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 Komm, damit du auch mal was sehen kannst. Der sieht ja gar nix, der Arme. Ja, der Arme. Ich geh einfach mal rein. Ey, sie spielt da weiter mit dem Spongebob. No, 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 no. Ich bin mit meinen Skuren. Ein wichtiger Player. Ja. Hast du geguckt, hab ich das wusste, ich fand. Ich hab Player. Ne. Aber das ist so... Oh. Eins. Zwei. Ey, gut, das Level, das war ja gut. Das war ja... Wir haben ja alle Level geschafft. Auch ohne den. Es kann einfach nichts passieren. Aber jetzt ist dann der Fall déjà passiv. Ich kann euch einfach so direkt aufsprechen. Guck mal, haha. Ich bin jetzt hier auch noch. Ich bin jetzt hier auch noch. Wer hätte sie in seinem Unternehmen gesp Apfelden. Ich hab dich gebraucht. Ich hab dich gemacht. Ha, haha. Oh Mann, es ist echt low, leider. Das ist low, aber... das ist low, aber... ich bin fast ja was willst du denn machen jetzt mit deiner schönen Kröte, was willst du denn tun? ja komm doch her, was willst du tun? ja, super ich bin auf deiner schönen Kröte den ganzen Tag umbouncen oh, nicht dass er uns trifft weil wir trifft nicht mal, guck mal, ich stehe richtig gut gebaunst, alter ich bin total stolz da fettes Bruder nicht oh yeah ja das ist was denn? das ist es einfach das ist er, das gefällt dem Eiser gar nicht ne das ist es nicht ich muss noch kurz ein bisschen rechnen kannst du jetzt auch einfach so auf den drauf springen? hast du gesehen, war das jetzt direkt 2 oder so? ne ja, was willst du denn machen? ja, ok, schlag mich und jetzt ja, schlag mich und jetzt schlag mich nicht man kann ihn aber nicht schlagen ja, komm, ja mach doch, mach doch, mach doch und kannst nichts tun ich bin ja direkt auf die Rübe ich bin ja direkt auf die Rübe rüber, rüber, rüber den Rübenmann rüber, rüber rüber, rüber, rüber rüber, rüber, rüber oder so ein alter Falter ach ne Gangster ist da mit dem Fog ja, aber soll man den einfach nicht annehmen oder was? ja, ich glaub schon also ich glaub, wenn das jetzt nochmal wäre, dann hätten wir es auf jeden Fall und ich mein, guck mal die können uns, die können in diesem Level haben wir nicht mal die Möglichkeit zu sterben wir können nicht mal irgendwo runterfallen selbst wenn wir wollten ich versuche jetzt mal zu sterben also, du kannst nicht sterben ich kann ja nicht mal sterben wir können halt nur zu langsam sein ja, das that's the thing ich denke, wir sind auch zu langsam ein bisschen stimmt, wir sind echt wir waren eben bei 166 jetzt sind wir bei 145 stimmt, wir würden jetzt auch noch so verlieren weil du die ganze Zeit so larifari gemacht hast larifari larifari komm schon big bang bang jura ja, spring doch ja, ok aua, ähm, aua das tut aber ganz schön weh ei, 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 ei nie, ei bounce au big bang bang jura, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, bounce auf die jura ja, richtig gute bounce big bang bang so lange kannst du vielleicht noch ein paar mehr machen von einer sorte ja das war echt ganz schön ich sehe gar nichts mehr aber die folge hat richtig lange gedauern richtig lange folge aber das ist eigentlich schon schade das kann nicht sein wenn du war es kurzzeitig in der folge kurzzeitig und richtig lang so jetzt schauen wir uns das ganze schwecklacken hier noch mal an 100.000 punkte mann nicht gut drei sterne von drei goldene flagge und was kommt jetzt und was kommt jetzt hallo das war's aber die können doch jetzt nicht einfach sagen die haben doch irgendwas vergessen oder nicht ja vielleicht muss man wirklich da dieses sanddingen die müssen doch irgendwas sagen das ist ja mit ihm haben wir dann sagt uns doch mal bescheid hier hallo ja aber wir haben nicht überall alle sterne und alle flaggen ach guck mal da drüben ja da waren wir doch ja leute wie machen wir jetzt weiter sie sagen wir das war's und wir fangen morgen über das neuem an oder wie oder was würde ich sagen oder wir können nicht alle sterne sammeln das wäre einfach auch extrem langweilig für die leute oder ja ich denke wir probieren das einfach mal auf screen also wenn wir nicht aufnehmen holen wir alle sterne und wenn dann wirklich da noch ein level ist dann nehmen wir das noch auf oder kann machen ja würde ich sagen das wollen meine tolle begeisterung das ja weil die sagen gar nicht bescheid hier ist einfach nichts mehr ja das ist also dann werde ich mal gespannt dass wir ja richtig schwer oder ich denke auch das will ich auf jeden fall was kann da noch kommen würde ich auf jeden fall zoggen zoggen zögern zögeln ja auf jeden fall schade dass wir das ganze jetzt mit dem tanuki natürlich gemacht haben viele sagen bestimmt jetzt auch dass es halt ein bisschen low ist weil wie jeder ja gesehen hat wir konnten das kommt das hat einfach so jeder geschafft weil wir konnten nicht mal sterben wir hätten den glaube ich besser vorher einfach nicht nehmen sollen aber wir waren natürlich schwer in not und haben uns gedacht taluki was besseres kann und ich laufe hier gerade permanent noch parallel durch die welt ja wir könnten wir machen das nicht noch oder also ich bin schon dafür dass wir das noch machen schreibt es in die kommentare wenn ihr das noch gerne sehen wollt und natürlich immer wir sowieso immer weiterhin auch schreiben können in die kommentare immer weil es gibt auch immer ein zwei kommentare die meinen ja super mario 3d world ist langweilig ihr könnt wirklich immer permanent in die kommentare schreiben oh keiner bixlo ich dich so ausgabe was ihr noch noch sehen würdet bixlo wollen würdet also wenn ihr zum beispiel sagt ein spiel ist kacke oder so also das gefällt euch nicht dann können wir auch einfach mal sonst spontan wechseln aber super mario 3d welt hat euch ja gut gefallen deswegen haben wir das jetzt auch quasi fast durchgespielt bis auf das letzte was wir aber wahrscheinlich auch noch nachholen wenn ihr das natürlich wollt und deswegen in die kommentare schreiben was ihr noch sehen möchtet ich laufe permanent durch die welt hier ist aber einfach jetzt erstmal nichts mehr wenn ich einfach mal so eine umfrage machen ein paar spiele zur auswahl stellen wir können auf facebook mal so schreiben so erstens das spiel zweitens das spiel und dann werden die auswahl können wir ja aus euren kommentaren machen also das was ihr reinschreibt und dann stellen wir das ganze umfragen machen ne das geht nur mit zu ganz bestimmten seiten es geht mit unserer nicht also na gut ich glaube ich als fernsehsender eingestellt vielleicht haben wir das ja auch schon längst gemacht weil wir müssen ja auch ein bisschen im voraus das machen vielleicht haben wir es auch schon gemacht ja oh misteriös schreibt es trotzdem gut schreibt auf jeden fall alles in die kommentare was euch auf dem herzen liegt gebt einen daumen hoch dem ganzen uns hat es auf jeden fall spaß gemacht war ein super spiel auf jeden fall richtig vielleicht machen wir auch noch mal ein paar special folgen wo wir wieder zu viert spielen wenn ihr da mal weil das war ja auch ziemlich geil also auch für uns hat mega spaß gemacht nach jener auf dem heraus dass ihr am kohlen handelt und dann spielen wir das mal damals so mit paar anderen leuten oder so genau dann suchen wir uns immer bestimmte level raus und die spielen wir dann sehr gut wie ihr wollt kommen wir schon wieder hier ewig gelaber richtig gerambelt wir machen das was wir wollen wir haben richtig gerambelt ja wer noch mehr rambelt sehen muss der schaltet am samstag bei den da rein wer rambelt sehen will meine ich gute idee ich schaue es mir auf jeden fall an ich bin mal komplett jetzt durch die welt gelaufen wie viele level haben wir denn gemacht boah richtig viele richtig viele das war's mit der folge wahrscheinlich geht es morgen um 15 uhr weiter mit was anderem oder halt mit dem netz level keine ahnung das kann ich jetzt noch nicht sagen du bestimmt auch nicht oder nee ich bestimmt auch nicht sehr schön das war's für heute das war's mit super mario 3d world macht's gut bis morgen um 15 uhr bis zum nächsten Mal